hallo hallo erstmal hallo erstmal, ich bin ja Ultima, wieso heiße ich hier, ach ich heiße hier Ultima ich heiße gar nicht bei GLP das ist ja schmucklich, ja das war ja der, das hast du ja schon, da war noch nicht mehr an der Ende der Let's Play-Zeit ich habe mich halt immer Ultima genannt oder Cetra oder wenn es beides nicht ging, Ultimate Cetra ja meinen Namen C-Game habe ich seit O-Game 2008 ja und den kannst du irgendwie immer benutzen keine Ahnung warum, ja also ich habe schon mal gesehen, dass C-Game weg war aber da habe ich 666 einfach benutzt ich hatte ja sogar auch mal Probleme bei YouTube da war doch, ich habe mich da noch Mr. C-Game genannt, so wie du Mr. Boggy, weißt du also dein einer Account, MR Boggy so und dann schreibt mich irgendeine Firma an, MRC Games hieß die also es ist MRC Games sozusagen, weißt du und ey, jetzt schreibe ich auf Englisch an, wie kommst du auf den Namen und so ein Schatz ich sag das mein Spielername bla 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 fertig hab nichts mehr von denen gehört, weil die wollten den Namen natürlich haben ja und dann habe ich aber nicht gemacht, warum, warum sollte ich denen meinen Namen geben ne ja, machen wir weiter anders, ja ne ich hab jetzt mal vielleicht, erzählst du von mal diese B-Fallem-Portale irgendwie mal gucken, ob man da, ob das geht oder so können wir versuchen vielleicht mal abchecken was, ne meine Feinde werden stärker Boop, 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 boop ob ich nicht irgendwie, ähm, also ob ich, äh, jetzt wirklich diesen Bonus habe äh, von diesem, von diesem Würfel ich kann leider nicht gucken, ob ich jetzt hier irgendwelche Bonus habe, mit plus bla 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 oder wie auch irgendwie weil aktuell, also wenn das nicht klappt, ähm, dann dürfte ich jetzt keine, ähm, Pül-, äh, keine Champions mehr aus Pülon-, also aus, äh, hier, ähm, Schreine machen können ach so weil ich ja jetzt das Teil da, äh, äh, reingepackt habe so, warte, ich guck jetzt mal in Nephalem-Pulitz, was machen wir denn? benötigt einen großen Portal für sich rein, oder ins Nephalem-Portal? kann man da denn auch zu zweit rein, oder? weiß ich nicht ihr seid im Begriff, ein gewöhnliches Nephalem-Portal zu öffnen soll ich das einfach mal machen? ja siehst du das auch nicht? ah, ja ja ratgeber reich 1 ich bin drin du hör sie ciao mein Portal, äh, erstmal rein 0% tötet die Diener des Wächters, äh, das nicht halt im Portal so, okay tötet und gleich ein Gegner zog in mir, Scheiße alter ach du Kacke, Alter alter ach du, äh, das bist du! ich hab dich dafür ergebnet gar nicht sag mal, sind das alles, wie heißt das hier, äh, äh oh, was sind das für Kugeln? keine Ahnung ach so, das sind, äh, die müssen wir scheinbar sammeln, oder wie? ach so, das sind, äh, die müssen wir sammeln, oder wie? ja, das sind die, die, die müssen wir sammeln ja, das sind die, die, die müssen wir sammeln ja, wir einfach weg, wenn es heißt oh, Arkan-Staub und gleich ach, das gefällt mir nicht hm? das gefällt mir nicht mir irgendwie noch nicht, ich glaub keine goldene Sache ach so, nein, vom Schick-Technisch hier, also nette 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 oh ja Ich bin gelevelt. Ach das nehmt. Alter. Glauben sie schon die nächsten blauen? Alter es geht hier gut ab. Hier sind nochmal die blauen. Oder meintest du die? Ich hab ein paar dunkle Motten. Alter. Wie ich einfach nur mal höre. Ach das sind so ne Pylon so dicke. Die machen bessere Welt aus uns. Du siehst du da oben gucken. Das ist ein Pylon der steht. Ach da kommt noch ne so ne Geld. Was ist das? So ein Pylon. Ah ok das ist also ein Pylon. Also das ist was besseres zu sein. Da hast nen Schatzkopf mir nehmen. Hier. Ich seh den nicht. Ich seh den auf der Karte aber ich seh den hier. Ja ich seh den auch nicht. Alter. Ach ich glaube das. Ach sie kackt geil. Wie soll ihr hier irgendwo sein? Hallo? Ich seh überhaupt gar nix. Ich werd hier hin und hin und hin zu. Ja ich glaub den haben wir verpasst. Äh doch ne. Ich hab den echt null gesehen. Oh was deutliches. Oh Wildholz. Entschuldigung. Alter ich werd hier die ganze Zeit. Ja. Wildholz. Ja. Wildholz für Level 60 noch siehst du. Oh. Oh. Ich glaube das funktioniert doch mit meinen Dings. Ich hab jetzt auszusehen glaube ich den Pylon aktiviert. Weil ich dahin gezogen wurde. Wie viele sind denn hier bist du schon? Ja. Warte. Ja wir müssen diese äh diese äh goldenen Kugeln aufsammeln. Warte mal kurz. Dann füllt sich die Leiste. Ja Wildholz. Wie stark ist das? Ui. 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 Nicht schlecht. Wildholz. Schade. Wildholz hat keine richtige wie heißt das hier ähm wie heißt das hier Eigenschaft. Leider nicht. Ärgerlich. Hätt ich gerne gehabt weil irgendwie cool. Boah aber das geht echt völlig abwacht. Also mal eben so zwei, drei ähm goldene Champions-Mobs ist schon heftig. Es ist echt seltsam. Ich habe jetzt meinen Rechner neu gestartet. Hast du immer noch Probleme mit dem Sound? Ja. Ja. Na dann würde ich ja an deiner Stelle mal den ähm Treiber neu installieren oder so. Hä? Was für'n Treiber? Zauntreiber. Zauntreiber. Der ist aktuell. Ey Alter bei dir ist gar nichts aktuell. Das sagst du selber sehr oft. Der Zauntreiber ist aktuell. Echt hast du? Da wird nicht so viel äh äh gab ey. Ja. Vielleicht mal neuen installieren oder so. Bei irgendwas. Das liegt ja nicht am Zauntreiber. Das müsste am Spielen liegen. Okay. Weil ich hab das nur bei dir hat nur drei. Oh was grünes. Oh. Und? Oh. Aber nix äh 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 kein blauer, blauer Gegenstand. Schade. Also nix innermäßiges. Oh. Ja zackig. So. Gewandte. Die Gewanderung der 1000 Stürme. Der war so cool. Alter. Den kannst du ruhig nehmen für ähm. Ne, ich guck einfach nur wo wollen wir? Äh הד? Ja wegen äh Transmough. Ist nur hein äh ach so. Ist nur für ein Mensch. Geil alter. An Wildfahrt hast du schon, ne? Oder hast du noch ein altes Wildzeug und deswegen den Transmop nicht? Ah ne, du hast das ja letztes Mal so Transmop... äh... Genau, ich hab... ich hab... äh... Du hast das noch? Ne, ich hatte das nicht Transmop... äh, kannst du ja mal Vorsitz haben, mal... Ja, komm, ne? Droppen. Aber ich glaube, das hab ich schon. Ja. 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 Der Match macht das auf den Fall, äh... 2400 ist nicht schlecht. Alter Schwede! Äh... Ah, ah, ah. Ah, was kann das denn denn? Ähöle Eingriffsgeschwindigkeit, rasender Eingreif, ja, 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 okay. Oh, nicht schlecht. Gibt das eigentlich eine gute Belohnung, wenn man hier die Belohnung von den Dinger macht oder so? Weil ich weiß, was ist das umsehen? Ja, ja. Wir müssen ja erstmal den, äh, ähm... den Balken dauernd vollkriegen. Ja, damit wir so... Wir müssen Balken vollkriegen. Oh, 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 oh. Wir müssen ja so ein Gesicht, äh, um die Sprennung. Aua! Aber damn geil, dass hier so viele... Also Mob... Äh, Mob... Äh, Mob... Alter, warum mach ich Mob? Wenn das nicht viele Mob sind. Alter. Das ist... Das war tatsam. Oh, Gott. Hier ist noch so ein Teil. Ich will den. Ja, bitte nicht nehmen, äh, ich will... Nee, nee. Ich bin mir gerade bei Blau. Alter, ich auch. Und du bist bei Gold, äh, Gold. Achso. Äh, gibt es Unterschiede zwischen... Also, Blau ist das Schwächste, Gold ist stärker, und, äh, Türkis sind die Champions, die das am stärksten angeht. Genau. Hallo, Gelber. Äh. Ich dachte, das meinst du wahrscheinlich mit Gold. Ja, 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 genau. Meine ich nicht. Wuuuuh. Also, liegt hier noch irgendwo was? Oh ja, hier. So. Ah, ich wusste es. Ja, kommt tatsächlich einer? Nee. So. So, wie geht's los? Äh, 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 äh. Was ist sie? Ich krieg dir so eine scheiße Motte hier, äh, voll vor meine Fresse. Gibt ihr. Äh. Wo kommt die denn hier? Oh, sind drei voll. Ha, funktioniert tatsächlich. Wunderbar. Oh, Eis. Alter, ich will jetzt hier hoch. What the fuck? Alter. Da, 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 da. Was? Was zur Hölle? Ey, ich bin zu schnell. Meine Mutter ist da. Ich bin zu schnell. Ach, der hier. Ich bin einfach zu schnell, Mann. Ja, ja. Da, 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 da. Oh, das ist der, der effekt ist los. Ach nee, der effekt ist nicht da. Alter, haben wir den gerade. Ui, ey, Protalschlüsse tun die hier. Cool. Vergessene Seelen gefallen, hinter denen sie sich auf den Markt woher ein konnten. Sie kämpften tapfer gegen Feinde, die aus dem verborgenen Leben sind. Aber voll, Alter. Ein großer Portalschlüsselstahl. Zweimal. Alter, guck mal, wie steh ich bin. What the fuck? Da, 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 da. Aber wenn wir diese durchschauen. Oh, wollen wir mal weitermachen? Oh, blaue. Sofern wir euer gepustet, ein Posterneuer, so stellt euch jede Fahne über den Posterneuer. Mhh. Mhh. Da, 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 da. Ach so, der Höhereffekt ist ja schon weg. Rüff, kein Schatz mehr erzielt. He, voll mal weg. Tja. Nicht so viel saufen. Neulich im Portal, was da. Kleine, wie heißt das hier? Errungenschaft, ey. Neulich im Portal. Ein bisschen rumgemüselt, Alter. Au. Alter. Ich bin echt krass stark in meiner großen Form, Alter. Ich lau einmal raus, fertig. Au. Müllensorgung, Hahn am Apparat, Alter. Ja. Das erinnert mich an den einen Anruf. Ich... den ich mal bei dir gemacht hab, wegen Porno, oder? Nein. Ne, das, äh, äh, als ich kein Internet hatte. Wo du mir das, äh, äh, wo du mir, äh, hier, wo ich doch bei, ähm, hier, U2 anrufen wurde. Ja, ja, bei mir war, ja. Ja, aber was war da noch? Wo du die falsche Nummer gewählt hast. Ach, ja, Alter. Ich dachte, ich wäre mit, äh, U2 verbunden. Und, äh, äh, dabei war das so ein Scheiß-Recycling-Center, so. Ja, es gibt bei U2 eine kostenlose Hot... äh, äh, also eine kostenlose Nummer 0800 dann. Ich hatte die nur nicht eingespeichert, sondern irgendwann mal gewählt. Äh, es gibt noch einen zweiten, klar. Ja, dann... Ach, ja, genau. Oh, ich bin voll, ich muss nochmal schnell weg. Alter, der ist im Augenstum. Naja, und auf jeden Fall, äh, hatte ich einen 2 0800 da Nummer drin anscheinend. Und, ja, ich hab die falsche getroffen, sozusagen. Ja, und weil ich den Typen halt nicht so richtig verstanden habe, äh, als er da, äh, abgenommen hat. Ja. Warte mal, Bobby. Ich muss jetzt mal kurz in stecken. Ja. Okay, kann man auch wieder da rein gucken. Aber jetzt ist es schon. Hier. Alles in mir. Äh, hilf, alle! Total. Oh, eigentlich müsste ich auch in die Stadt. Oh! Oh, mach das. Oh, eine legendäre Sache. Ich hab schon eine verbrannte, eine vergessene Seele, oder? Ach, das ist ein Portal-Schlüssel. Ich weiß nicht, der Modell muss. Hast du auch zwei davon? Ja. Oh! Heilige Scheiße. Oh, ich muss mal wieder zurück. Oh, habe ich auch wieder zurück. Muss ich auch gleich machen. Inneres Einfluss. Oh, ich will noch mehr von diesem Inner-Zeug haben. Ja, looten, 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 man. Was ist denn immer so? Ich muss mal looten, 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 looten. So. Nochmal Widerstand gegen eine Schadensahme. 730.000 Leben habe ich. Einfach auch. Und 307 Schaden, äh, 307, 307.000 Schaden mache ich. Mach 306. Loil. Na loil. Drück jetzt den scheiß Travater. Dann sag das doch. Sagt er die ganze Zeit auf dich. Alter. Alter, guck du mal die ganze Zeit auf dich. Ähm. Geht's noch? Ich hab's leicht über zu. Leicht? Ne, bin ich. Ähm. Ja, geht ab. Erinnert mich gegen, wie auf Akt 1 hier müssen. Ja. Vielleicht liegt das auch daran, dass, äh, dass wir halt auch im Akt 1 sind. Aber das erste erinnert mich auch an Akt 1. Ne, das erste nicht. Aber das hier auf jeden Fall. Ach stimmt, ich hab noch mal den Flammgänger an. Ja. Ach, noch ein Flammgänger. Ja. Ach, noch ein Flammgänger. Ich hoffe, dass ich kann. Oh Gott, das war ein bisschen übertrieben. Weil hier ist, glaub ich, gleich noch der nächste. Goldene. Ähm. Okay. Wir haben wohl anscheinend irgendwie das Ding, wie heißt das hier, ähm, ähm, Abklingzeiten, ähm, sind sehr schnell. Echt? Ja. Oh. Tatsache, ich kann's direkt wieder machen. Alter. Ja, jetzt haben wir schon wieder weg. Na, fast. Oh. Das war ja mal anstrengend. Ähm. Das war viel zu kurz. Äh. Ja, die sind zwar deutlich stärker, aber darf ja extrem viel kürzer natürlich. Oh, da ist schon eine Lütze. Da, 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 da. Direkt, dass man die Wände hier eingerissen hat. Alter, hä? Wo sind die hin? Äh, weg. Was ist das? Ach, Alter. Die sind eh nur Spinnen. Ach, das bist du. Ne, das ist, ah, das ist mein Templer. Ich wollte schon sagen. Nee, jetzt fertig, ey. Weiß ich nicht. Ach, nee, da oben. Liegt hier was für mich? Nein. Hä? Bin jetzt richtig. Hallo? Ja. Alter, bist du schnell. Alter! Ja, ich hab Bono. Achso. Da geht's auch. Ah ja, mein Hobbit wollte ja, mein Volk nicht. Ihr verlangt das Unmögliche. Wollen wir mal hier unten? Oh, mit Licht. Ach, schade. 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 Schade, funktioniert nicht. Scheiß, auf Treppen bin ich echt schlecht. Weil die dann irgendwie mal komisch spielen. Ich muss irgendwie immer Anlauf nehmen. Oder so. Hör mal rein hier Hör mal Wir hätten vielleicht erstmal mit Ulrich sprechen müssen Vielleicht gab's noch ne weiter Quest Wollen wir das mal probieren? Ja Kannst du ja mal machen Oder muss ich in die Stadt nö? Wo ist denn der Blöwe weg? Äh, Döner holen Ah ja Ja, siehst du, der Portfall schließt dich mir nicht Echt? Ja Oh, scheiße, okay Aber gut zu wissen Bist du noch drin, oder? Ja Oh Hat auch ordentlich Geld Gott gegeben Ich habe nicht geliebt Ach, was Gold ist, oh, hab ich ein Glück Alter, da ist das wirklich Glück Tschüss Äh Äh Alter, hab ich ein Glück Fick die Wand an, Alter Scheiße Ich habe aber nur eine Sachen aufgegraben, die du dir ansehen solltest Ja, aber schade, leider mit diesem, der erhöht den Schaden vom gesegneter Hammer Das ist einfach zu krank, ey Gesegnetes Schild hab ich mir nicht, ne? Ja Heilige Kacke, Alter Was ist mit Yonder? Er gehört zum Das nennt man denn wirklich mal Glück, ey Ja Entschätzte, sie füllen sie noch mal schnell, wie er ist, aber so hin und abgedeckt Und wir können ja noch eins, äh, öffnen Ja, können wir mal machen, ne, vielleicht mal so ein großes Ja, geht das denn? Ja, wir haben da halt so einen Schlüssel Ach, man braucht das für einen Schlüssel rein, so einen Schlüssel dann, oder wie? Nein, ich weiß aber nicht, ob du mit reinkommst, wenn du mal so etwas Wie gesagt, aber das wusste ich bei dem ja auch nicht zu sehen Von mir aus können wir auch gerne noch mal eins, äh, öffnen, hat der Spaß gemacht Aber wirklich, die Bewegung, irgendwas auch noch mit Beut, oder sowas auch mal Wir können ja, ähm, äh, das ist ja meine, wir die großen Versuchung Ja, aber du hast einen Schlüssel mehr, wie ich glaube ich nicht? Ich glaube, ich hab zwei Ne, du hast doch schon mal einen gefunden, ne? Nein, 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 das war was anderes Ach, das war ein anderer Schlüssel? Ja Ach, das war auch so ein Schlüssel, was war denn das für ein Schlüssel? Warte, ähm, das war nämlich ein... War das der? Ja Das war infernale Maschine des Kummers Eine legendäre Portalapparatur Ach so Öffnet ein Portal in das Reich des Kummers Verwendet ihr irgendwann mal im Verfluchtdomitier, das in Neutristram versteckt ist Nur Qual Was ist ein Plan? Infernale Maschine Leert den Schmied, die eine infernale Maschine anfertigt, mit der er sich Portale in die Reiche des puren Bösen öffnen lassen Und das ist sogar noch besser! Dann kannst du nämlich das Teil, ähm, was ich gerade vorgelesen habe, ähm, selber bauen Ja, kein Ahnung Musst du den Schmied halt, äh, lernen lassen und, äh, ja Das ist sogar zweimal So waren wir Ach Ja, so... Es gibt zweimal Bring diesen großen Petasches zum Nephallen in der Stadt hin Er sollte mal einen nehmen, ich nehme, oder? Ach Warte, ich nehme auch immer einen Brauchst du nicht? Du meinst, äh, hier so ein, so ein Portal... äh, Portalschlüssel Also ich habe ja einen jetzt so großen Nephallen, äh, Portalschlüssel Warte mal kurz Ja, vielleicht brauche ich ja auch einen im Inventar Warte mal kurz, warte mal Warte mal, nee, das macht eigentlich keinen Sinn Ihr seid im Begriff ein großes Nephallenportal zu öffnen Im Innern des Portals ist es euch nicht möglich, eure Fertigkeiten oder eure Ausrüstung auszutauschen Alle Gruppenmitglieder müssen einen großen Portalschlüsselstein abgeben Achso, okay Bevor sie das Portal betreten dürfen, das heißt Warhorn Okay Ja, aber, äh, das wird ja, glaub ich, in der, äh, aus der Kiste ja entfernt Was heißt aufgewertet, das ist mir fast nie egal, Frau Annehmen Kannst nichts mehr... Einladung zu einem großen Hilfernportraumversandtum müssen vor dem Beginn angenommen werden Hast du eben was bekommen? Ja, ähm, äh, hast du unten einen Haken reingemacht? Nee Okay Okay Bonus, tötet den Portalwächer, bevor die Zeit abräumt Okay Da-da-da-da-da Ja, wir können nicht sein, glaube ich Ja, ist aber auch, äh, gut so Ja, ja Spürt die Faust der Götter! Naja, du rennst hier einfach durch Ja, ja Oh nein! Oh Gott, ich hab' nicht ganz blöd, der hier passiert Das gab's noch Arkan und das war sicher, ne? Ich glaub' es gibt sogar gar keine, ähm, Gegenstände Kann auch sein, ne? Ja, ich hab' nicht kein Geld Ja, es gibt keine Gegenstände oder noch kein Geld Ja, es gibt keine Gegenstände oder noch kein Geld Ja, es gibt keine Gegenstände oder noch kein Geld Ja, es wird tatsächlich die Fremde Boah, Alter, die- also die Fremde ist ja nicht aber richtig weg Ja, das geht richtig ab, was wir hier jetzt machen, alles bei dir abgemacht. Ja, so cool. Ja, das ist ein Scheiß-Stil hat echt Leben gemacht. Ja, aber jetzt ist es wie. Warte, war das hier schon unten oder konnten wir unten? Ich gucke nicht. Also wir konnten noch unten noch irgendwo noch. Ja. Also wollen wir unten weiter, oder? Ach, da oben geht es mal kurz da oben rumgucken. Vielleicht sind ja irgendwelche Gegner einer. Ich gehe hier rufen. Ich gehe hier rufen. Ja, ich gehe hier rufen. Ah, guck mal da, die Zeit geht weiter, Alter, ich sag's! Stell doch, ich glaub nicht die Uhr, die Sanduhr. Bei den beiden, die sind. Das ist ein Sankt-Uhr. Bei den beiden, der Lieder. Ja. Ach, da, da, ah. Ja, oh, stimmt! Dann müssen wir uns jetzt schnell mal beeilen, aber das ist immer kacke mit denen, woher soll ich wissen, welcher legt, ne? Das ist also die Bonuszeit dann. Okay, gut zu wissen. Ach so, okay, wir müssen in der Zeit den Balken vollkommen und dann den Gegner besiegen. Ach, okay. Ach, die bringen auch ein bisschen, die Viecher hier. Die bringen auch ein bisschen den Ball. Aber da wir ja eine Zeit lang ziemlich weit vorne waren, denke ich mal, kriegen wir das hin. Und wir dürfen halt jetzt keine Umwege mehr gehen. Ja, vorher sollen wir wissen, wer hat denn keine Umwege? Ja, aber da wussten wir halt, dass es eigentlich da nicht weitergeht. War halt doof. Aber wussten wir nicht. Ist ja das erste Mal, dass wir überhaupt nicht hier rum sind. Da ist ein Braundlicher. Das ist nicht möglich. Alter, lass dich doch mal da rein, oder? Nee. So, jetzt haben wir wieder einen kleinen Flügelbord. Da ist ein Schaden. Hier ist, also ein Portal. Also ein Ding. Hier. Hier. Dort oben. Aber, was bringt der das? Ich glaub' nur Schaden. Ich glaub' nur Schaden. Nee, Stromschläge. Okay. Alter. Pst, pst, pst. What the hell, Alter? Gut zum Durchrennen. Ja. Sehr schön. Das hat einiges gebracht. Alter. Hier hält einer was aus. Ja. Da ist ja noch einer. Da ist noch einer gewesen. Ah, falsche Taste. Wir haben jetzt einen ordentlichen Vorsprung. Ja, aber wir dürfen trotzdem nicht, weil wir nicht wissen, wie lange ist. Ja, wie weit wir noch müssen, Leute. Oh, oh, oh. Sag gerade, wie geht der aus, meine Hammerdame? Schon geil. Krass, guck mal, die konnten Artan erst machen, bevor sie tot sind. Ja, kurz bevor sie tot waren. Ach, scheiße. Kann man nicht hören, was ist eine verkackte Glotte, Alter. Biuu. Hier ist wieder ein Schrein. Komm, schnell. Schaden stark erhöht. Aha, okay. Ja. Von 306.000 auf 306.000. Wow. Das ist heftig. Ich glaube, das wird aber gar nicht angezeigt. Ja, auch in der Tür. Boah, du Scheiße. Der Schaden ist aber auch für Wöhem Fall deutlich erhöht, wie man sieht. Ja, irgendwie haben wir gerade echt einen Schlüssel gemacht. Ohne die Panade drumherum. Ja, das ist aber weg. Oder? Ja. Ja, hier ist es. Ich habe hier unten massive Probleme mit Geisteskrank. Ja, weil man hier echt ordentlich die ganze Zeit nicht netzelt. Ich glaube, ich mache hier meine Glocken nicht, äh, eigentlich zu schwierig. Okay, wir sind gleich so weit bei dem Typen. Ich denke mal, dass das Viech bestimmt wieder einfach kommt, ne? Ja. Alter, die Glitze. Und dann, warum machen wir die eigentlich nur noch? 25 Prozent. Ach, war es cool. Mal runter. Genau. Ich glaube, ich würde einen so flach. 14,19, 17,19. Ach, du. Ach, der Ebel. Ach, du. Ach, das ist alles. Ach, das ist alles. Der Mann. Amazing. Also? Ich bin tot! Ja, ich kann dich nicht wiederbelehmen. Definitiv nicht. Warte, 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 warte. Danke. Wow, das war gut. Sehr schön. Sehr gut getimed. Ushi. 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 Hast du Ushi? Ushi. Der Derben, der Mächtigen. Ich habe den Schmuck und Socker. Achso. Und der Name ist die Reinheit ihrer Ehre. Achso. Aufwerten. Wenn ihr über einen Edelstein von ausreichender Kräfte habt, kann ich euch denselben Dienst erweisen, Champion. Schön, euch zu sehen. Ach, ich habe noch einen Edelstein bekommen. Ich habe zwei, also ein Edelstein. Der Derben der Mächtigen. Und du? Und du? Geil. Jetzt habe ich, äh, Gabe des Sammlers auf Stufe 3. Oh, geil. Hä? Wie hast du denn was auf der Blumen? Das ist richtig Quatsch. Stimmt. Ja, du musst unten einen Stein auswählen und dann, äh, du kannst dreimal, ähm, versuchen, deine Steine aufzuwerben. Ein plus ein Schaus, nicht? Gestorben. Achso. Achso. Auch der Erfolger. So, jetzt. Kannst du das nochmal? Du hast drei Versuche. Ich habe vier Versuche. Hm. Weil ich nicht gestorben bin. Vier Versuche sogar. Ui. Aufwertungsschank 100%. Aber was ist jetzt dieser Kack, benötigt Edelstein Stufe bla bla bla? Ja, ähm, äh, Urschi kann nur, also nur Urschi kann diese, ähm, äh, äh, Stufe, ähm, erhöhen. Aha. Er steht für Stu, benötigt Edelstein. Achso, wenn ich auf Stufe 25 das Ding habe, hat er noch erhöht den verursachten Schaden gegen Elite, geht da sozusagen noch mehr so nochmal so was. Genau. Was hast du für einen Stein nötig? Ähm, ich glaube ich habe doch genau das gleiche bekommen. Aber ich habe halt zwei Steine. Und einen habe ich ja schon ausgerüstet. Achso, ich hatte auch alle zwei Steine. Ja, diesen mit Goldex. Wollen wir nochmal weiter hier? Gucken. Ja. Den habe ich gar nicht aufgewertet. Was soll ich mit einer Goldex? Oh, ich mag das. Achso. Achso. Heben wir vier. Oh, machen wir mal hin. Boah, kommt gar nichts. Na ja, stimmt. Es gab hier ja nichts, ne? Vielleicht gab es hier noch welche Monster. Äh, ich glaube hier gibt es nicht mehr mehr Monster. Ne, hier gibt es keine Monster mehr. Na toll, dann muss man mit Oreg in die Stadt. Aber ganz ehrlich, hat sich das jetzt gelohnt? Also wenn wir nicht eine fette Belohnung jetzt kriegen, hat sich das nicht wirklich gelohnt, meine Mann. Bist du in der Stadt? Ja. Ich kehre in die Stadt zurück. Heilige Scheiße, was ist das denn? Hä? Achso, das ist die, äh, ah, die Bestenliste. Bestenliste. Belohnung, Geld und EP. Da und jetzt. Das war's. Alter, ist das denn ernst? Ey, dafür tue ich mir jetzt als einen verkackten Stein weggeben? Also, hast du jetzt irgendwie einen Sinder drin gesehen? Ja, Steine. Ja, Steine. Und eine goldene Sache. Ich glaube, das ist auch der, äh, der Sinne, äh, äh, bei dem. Also wirklich gelohnt hat sich das jetzt nicht. Für mich zu wissen. Ja, ein, eine goldene Sache und wir hast halt hier klar, also da müssen wir nicht. Ich würd' ja gern echt mal, also dass, dass man die Sachen wappeln kann, das ist ja so traumhaft, ja? Also wenn man, ne, wenn man ungewappelte Sachen wappeln kann. Ja. Das würde ich doch sehr praktisch finden. Wollen wir sonst gleich noch schnell einen Sonnen in einem Akt machen, eben? Ja. Wenn ich jetzt wüsste, ähm, ähm, äh, was mir da fehlt. Eine Sache fehlt mir, glaub ich. Oh. Ähm, von den, von diesen, äh, Ressourcen, die man bekommt. Handwerksmaterial. Ach so. Ich hab ne Flasche. Warte, Flasche. Teppich. Ähm, Schmetterling. Äh, Engelsfleisch. Und... Ach, das Engelsfleisch fehlt mir. Äh. Echt? Wenn da Akt-Bonus gibt, äh, lass uns lieber Akt-1 nehmen. Ach so. Ich mach mal nen fliegenden Folgenwechsel. Ach so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.